So, da sind wir auch schon wieder willkommen zurück. Weiter geht's mit Factorio. Und ja, weil wir uns wundern, dass diese Kisten nicht gebaut werden, ist glaube ich klar, weil das Player Inventory bevorzugt wird. Dann machen wir es selber. Genau, wir haben nämlich schon ein paar. Ist ja nett gemeint, aber hier nicht unbedingt zielführend. Offensichtlich ist die andere gerade im Anflug. Naja gut. Jo, das kann erstmal ganz in Ruhe durchlaufen hier. Wir brauchen diese Platten dann später wieder. Genau, für diese Kollegen dann. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir werden diesen Arbeitsschritt ein bisschen hinten dran stellen, denn wir machen jetzt diese hier. Das sind sogar genau drei Maschinen tatsächlich. Ja, dann geht das glaube ich auch auf. Also wie gesagt, wir brauchen dann drei City-Blöcke für diese Teleskop-Geschichten. Äh. Äh. Wir brauchen mehr Platz. Hier nach oben bauen wir jetzt erstmal noch nicht. Ähm. Ich würde damit noch warten, bis der Bereich hier einigermaßen fertig ist. Also das wird noch ein Weilchen dauern. Aber ja, mal sehen. Gut. Jo, ich würde sagen, wir fangen direkt hier an. Wir brauchen jetzt einmal äh, irgendwie so eine Anlage. Ich schmeiße es erstmal hier rein und dann gucken wir gleich, wie wir es anordnen. Äh, werden wir sehen. Äh, war das hier mit drinne? Hier. Genau, hier gibt es einmal die Stahl-Variante und die Beryllium-Variante. Ein Glas, ein Stahl, ein Kohle. Okay, hier kommen natürlich doppelt so viele raus. Äh, wir haben aber noch nicht die Masse an Beryllium. Ne, das ist das Problem. Also wir werden erstmal diese Verarbeitung hier nehmen und dann mal schauen. Ich glaube, wir brauchen hier nicht mal Module für die Kiste. Ich würde zur Sicherheit aber eins damit reinschmeißen. Nur eins. Sollte gehen. Wir müssen auch gleich noch eben gucken, dass wir die, äh, In- und Output-Geschichten dahin bekommen, weil wir brauchen hier mehr als vier Bahnhöfe. Aber das machen wir gleich nach Bedarf. Gut, haben wir Teleskope dabei? Äh, vermutlich nicht. Ne. Aber die sollten irgendwo gebaut werden, glaube ich. 50, äh. Ja, werden auf jeden Fall geliefert. Schauen wir gleich mal. Genau, hier war auch wieder diese Signal-Geschichte, ne? Äh. Ja, wir müssen irgendwo mal so einen Block nachher hinsetzen, wo außenrum einfach nichts ist, damit ich den Blueprint aktualisieren kann. Aber vorher müssen wir die Signale leider händisch setzen. Ja. So, haben wir schon was bekommen? Ne, die sind immer noch auf dem Weg. Ah, nice. Genau, wir fangen damit an. Ich hätte, glaube ich, gesehen, wir brauchen immer 10, außer bei einer Maschine, da brauchen wir 9. Witzigerweise. Ja, genau. Äh, wir werden vermutlich bei allen einfach 10 hinstellen, wenn gut ist. Weil der Aufbau bleibt der gleiche. Dann müssen wir nachher einfach nur Copy-Pasten und das Rezept ändern. Ja, okay. Dann machen wir das so. Die waren auch voll mit Modulen ausgestattet. Genau, die Rohrvariante machen wir von da. Wir können aber auch... Warte, wir machen das mal so rum. Dann müssen wir vielleicht ein bisschen mehr Platz lassen. Die haben... Ja, ja, das ist nur eine 3er-Breite. Ne, wir lassen die so stehen. Äh, so rum. Ja, ja, das ist nur eine 3er-Breite. Gut, die brauchen dann 62. Okay, das ist das minus 100, ne? Jupp. Gut, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall diese hier. Und wir brauchen auf jeden Fall auch diese hier. Genau, das 500er machen wir nicht. Wir sind da noch. Eine Sekunde. Also, das hier ist die schnellste Variante. Die auch das meiste herstellt. Weil hier haben wir eine Verzehnfachung von der Zeit und eine Verfünffachung von dem Output. Ja, dann machen wir diese Variante hier. So, da kommt dann wie viel raus? 18. Wenn wir das Ganze mit Modul betreiben. Wenn wir 32, dann brauchen wir noch einen davon. Ne, halt, wir müssen ja mit dem berechnen. Ah, haha, ja, warte, warte, warte. Ne, absoluten Nullpunkt brauchen wir nicht. Wir brauchen minus 100 Grad. Da packen wir auch gleich schon mal Module rein. Da brauchen wir drei Stück von. Wie gesagt, ich stelle jetzt erstmal nur hin und dann sortieren wir gleich durch. Mal gucken. Genau, ist jetzt ein bisschen mehr. Äh, 78 kommen raus und wir brauchen irgendwas mit 60, ne? Genau, 62, 4. Das kommt auch 1 zu 1 zurück. Aber hier Ja, da wird ein bisschen was rausgenommen und hier geht auch ein bisschen was raus. Genau. Da müssen wir wieder so einen Ausgleich-Tank mit hinbauen, ne? Ist klar. Damit der Kram nicht verstopfen kann. Aber das ist ja kein Thema. So, nächste Frage. Wir haben jetzt hier einen Input von 156 von dem hier. Dann brauchen wir das hier noch öfter. Äh, okay. Das ist noch zu wenig. Genau. Aber mit 29 Wir nehmen noch einen. Äh, einen. Das hier betrachten wir nicht, ne? Weil das kommt ja per Zug angeliefert, ne? Das sollte gehen. Dann haben wir jetzt einen kleinen Überschuss. Ja. Das sollte okay sein. Und wie gesagt, dann kommt noch die Tankvariante damit hin mit der gesteuerten Pumpe. Äh, haben wir Schnüre? Äh, haben wir Schnüre? Ja, haben wir da. Ah ne, wir müssten die am Input-Bereich müssten wir die, äh, Pumpe hinstellen für das Thermofluid, was dann von außen vom Bahnhof kommt. Ja, und die ist dann quasi nur aktiv, wenn wir davon, ja, weniger als 5000 haben. Das sollte okay sein. Genau. Des Weiteren haben wir jetzt hier einen Input und einen Output. Die Rohre betrachten wir jetzt erstmal noch nicht. Äh, jo. Wir machen den Input von hier. Upsi. Und den Output, äh, ja, legen wir dann hier mit hin. Hätten wir auch die Maschinen so kopieren können. Na, ach, ist egal. Gut. Ja, da das Zeug ja sowieso hier rauskommt, ne, können wir hier tatsächlich mit dem Loader arbeiten. Das sind relativ viele. Aber, was heißt viele? Warte mal. 14. Ja, doch. Ja, wir machen das mit dem Loader. Das ist okay. 14 pro Sekunde. Geht das auf? Warte mal. Ja, das ist sogar mehr. Ja. Aber das ist in Ordnung. Lieber zu viel als zu wenig. Gut. Dann lassen wir das so. Gut, äh, der Kühlcluster. Wir haben ja hier insgesamt zwei, äh, Flüssigkeitseingänge, ne? Äh, ach da. Genau. Da ist nämlich einmal Leichtöl und Thermofluid. Okay, pass auf. Dann machen wir die oberen beiden Bahnhöfe. Es gibt bisher nur einen. Machen wir dann mit Leichtöl und, äh, ja, Thermofluid. Ist, glaube ich, ein Deal. Okay. Okay. Genau, einmal Space. Thermofluid, Input. Einmal Copy, einmal Paste. Und dann machen wir da raus das Leichtöl. Äh, da. So. Da das Input Bahnhöfe sind, können wir den hier eigentlich mitnehmen. Jep. Äh, ja, der zweite Bahnhof hier, ne? Der braucht immer eine Sondereinleitung, aber ist okay. Gut. Genau, der obere ist Thermofluid. Dann würde ich doch sagen, dass wir die, äh, Kühlanlage mal kurz einpacken. Die stellen wir dann irgendwo hier oben in die Ecke oder so. Ja, das können wir, glaube ich, machen. Dann brauchen wir jetzt den Ausgleichstank. Den können wir sogar noch hier mit reinstellen. Das machen wir genau auf diese Höhe hier, wo der Anschluss ist. Jo. Ja, das lohnt sich nicht so hier, ne? Genau. Die Suppe, die da rauskommt, die kommt dann hier ran. Jep. So, gucken wir das gleich aufteilen. Also hier müssen wir nochmal zurück, ähm, also von hier quasi direkt wieder an den Tank mit ran. Und genau deswegen haben wir hier oben die Pumpe, damit der Tank halt nicht von oben vollgepumpt wird, sondern das Zeug von hier immer da wieder mit reinlaufen kann. Das ist wichtig, das müssen wir beachten. Genau, äh, hier müssen wir einen Block mehr Abstand lassen, weil ansonsten haben wir eine dämliche Verbindung, die wir nicht haben wollen. Und hier müssen wir halt das Rohr einmal kurz so verlängern. Ich denke, das ist auch okay. So, dann schmeißen wir hier Strom mit rein. Verbunden ist er sogar schon. Nice. Die Pumpe braucht noch Säft. Sollte reichen, oder? Yes. Genau. 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 Genau, und das Zeug hier, das führen wir dann direkt wieder zurück. Na ja, dann gehen wir einen weiter, ist okay. Passt gerade so. Ahaha. Was haben die für ein Output? Die haben das ganz warme Zeug wieder, ne? Ja, easy. Dann passt das. Okay. Soll heißen, das können wir von hier unten dann auch hier oben gleich wieder mit anschließen. Also hier an dem Stück oder hier ist eigentlich relativ egal, aber ich denke, wir machen das. Äh, ja. Natürlich wieder per Tunnel. Und wir müssen den Input ja auch noch beachten. Da war sogar einer zu weit. Äh, dann fangen wir direkt hier an. Ich hoffe, das klappt einigermaßen. Ne, wir fangen erst hier an, genau. So, da teile ich es. Wir haben. Ja klar, da können wir sogar noch reintunneln. Ja, das ist easy. Kriegen wir hin. Und wir können eigentlich auch gleich, äh, hier runter tunneln. Ja, dann haben wir alle. Äh, one off. Ich hasse es. Warte mal. So. Ja, wie gesagt, das Zeug hier geht alles in die Rückführung mit rein. Jetzt brauchen wir nur noch den Anschluss für das minus 100 Grad kalte Zeug. Und das wäre dann dieser Anschluss hier. Und das ist eigentlich ideal. Glaube ich. Wir werden es gleich sehen. Mal gucken. Hm, jo. Oh. Hm, fast gut. Damit müssten wir eigentlich überall durchkommen, oder? Jo. Achso, das machen dann die Basisroboter. Ja, ist auch okay. Gut. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Sollte das das gewesen sein mit der Verrohrung? Also von dem, äh, Kältemittel zumindest. Werden wir sehen. So, äh, wir packen hier unten mal eben ganz schnell ein paar Stromleitungen hin, weil das geblinkt genervt. Hm, nochmal so. Ja, wir brauchen eben Doppelten. Daher ist es relativ egal. Genau, äh, ich skip das hier mal, warte mal. So. Gut, äh, dann können wir Thermofluid eigentlich schon mal organisieren, ne? Weil dann können wir schon mal gucken, ob das soweit, äh, läuft. Beim Output machst du voll, beim Input machst du leer. Sprit ist drinne, let's go. Hm, was fehlten da eigentlich Schienen? Ach nee, Bahnhöfe und so. So, okay, und Signale. Äh, ja, sind auch Dinge, die wir hier tatsächlich nicht herstellen. Macht aber nix. Dann schmeißen wir schnell ein paar Bahnhöfe da mit rein. Ja, wir können auch von denen noch welche mitnehmen. So ein Fuffi oder so. Nee, eigentlich mehr. Wir brauchen mehr davon. Warte mal, so 300 vielleicht. Ähm, wir brauchen von diesen hier wesentlich mehr, als von den anderen. Dann machen wir es so. Genau. Und damit ihr nicht ganz umsonst hier hocheiert, äh, schmeißen wir noch ein bisschen von dem Fußboden da mit rein. Gut. Okay, Thermofluid ist da. Genau, die Pumpe hat schon ihren Betrieb eingestellt, weil Tank ist voll. Also mit den 5K quasi belegt. Die haben offensichtlich immer genug von dem, was sie brauchen. Und ja, mehr geht gerade nicht, weil der Rest ja noch nicht läuft. Okay. Aber es kommt auf jeden Fall schon mal alles da an, wo es ankommen soll. Genau. Haben wir da. Läuft. So, wir können mal eben nach der Rakete gucken. Äh, yes. Warte, stopp. Wir nehmen noch ein paar von denen mit. Wir haben, glaube ich, gar nicht so viel in der Produktion von dem Kram, deswegen dauert das ein bisschen länger. Aber macht ja nichts. Ja, lassen wir noch ein bisschen laufen. Ist in Ordnung. Ach genau, wir könnten nochmal eben schnell einen Blick in unser Depot werfen. Kupfer ist full. Äh, Eisen füllt gerade das ein bisschen nach, aber das ist auch in Ordnung, ja. Also dafür, dass wir kaum noch Erzvorkommen im Beschlag haben, ist es okay. Ähm, wie schaut es hier aus mit der Gammel-Uran-Anlage? Die läuft. Uran ist bald voll. Aber das ist gut. Wenn Uran voll ist, ist es okay, weil dann haben wir nämlich keine Probleme damit. Äh. Der hat sich auch wieder beruhigt hier tatsächlich. Ich glaube, dann können wir den Reaktor tatsächlich auslassen. Hat ich den jetzt angeschmissen gehabt oder aus? Nee, aus. Okay, alles klar. Dann arbeitet der gerade nur noch mit Restwärme. Müssen wir mal beobachten, ob es reicht oder nicht. Mal gucken. Weil ich glaube, wenn hier alles arbeitet, dann reicht das nämlich nicht. So, was haben wir? Das ist ein Haufen Signale auf jeden Fall. Und den hier lassen wir schon mal entleeren. Ich glaube, Wasser ist gerade im Dauerbetrieb, ne? Allein für das kosmische Wasser und das chemische Gel wird zu viel Wasser gebraucht. Ne, der rast hier nur so durch. Achso, es kann mal sein, dass da so ein Teil hier mitfliegt. Ist aber egal, weil das wird oben eh wieder aussortiert und dann wieder hier runtergeführt, ne? Das ist immer der Unlucky-File, wenn beide Greifarme gleichzeitig arbeiten. Aber das ist Wayne. Dann machen wir den leer. Der ist durch. Da wären wir zu viele. 446 Kettensignale und 248 normale. 120 Bahnhöfe. Ich denke, das reicht. Erstmal. Aber wenn hier schon so viele Raketen unterwegs sind, dann sollte doch der Kollege hier oben bald mal starten, oder? Ja, da fehlen nur noch 2 Frachtplätze, dann ist der voll. Ah. True. Warum genau hatte ich das so eingestellt? Da gab es irgendeinen Grund, ne? Ich glaube, wir haben das so eingestellt. Ja. Ja. Genau, der wartet jetzt bis hier die Frachtraketenabschnitte drin sind. Und fängt erst dann an, den Kram hier wieder reinzuschiffen. Das hier macht jetzt gerade nichts, aber ist okay. So, das Zeug kommt hier an oder ist schon da. Und wird dann wieder hier entpackt von 5 auf 1 halt. Also da kommen mal 5 von diesen Frachtraketenteilen raus. Und damit werden die anderen Raketen wieder zusammengebaut. Also auch die hier drüben, ne? Das ist eine super Wiederverwertung. Ja, lassen wir so laufen. Achso, ich wollte die andere Rakete starten. Richtig. Ist der hier fertig? Ja, der hat alles durchgeheizt. Sollte gehen. So, ich müsste eh mal eben so ein paar Sachen aussortieren. Ach ja. Das ist das einzige Problem, ne? Ich kann momentan noch nicht den Container komplett freigeben. Der wird ansonsten zugemüllt. Wir werden das machen, wenn wir die Recyclinganlage neu bauen oder umbauen oder verschieben. Dann können wir das machen. Aber jetzt noch nicht. Kann das sein, dass der voll ist? Ne. Genau, Bahnhöfe sind raus. Die müsst ihr ja eigentlich einsortieren können. Warum hat er denn eben gesagt, dass keine Kettensignale da sind? Die werden doch hier hergestellt. Hm. Ich bin verwirrt. Aber ist egal. Hauptsache, wir werden das Zeug los. Ja, gut. Hat er funktioniert. Genau. Äh, Fußboden gedöhnt wird täglich einsortiert. Ja, dann sollte dieser Abschnitt hier eigentlich fertig werden. Dann können wir die nächsten Blöcke hinsetzen. Ja, nicht schlecht. Es wächst auf jeden Fall. Ups. Jo, dann machen wir unten weiter. Jo, ich glaube, wir können gleich mit dem Leichtölzug hier weitermachen. Stimmt, wir haben die mit Fässern benannt. Ist eigentlich nicht so geil, ne? Das kann man immer so schlecht erkennen. Äh, warte mal. Das ist schwer, öh. Äh, das müsste der Train ja eigentlich automatisch raffen. Ja, tut er. Okay, sehr schön. Ja, dann benennen wir die mal eben um. Hier, bei dem habe ich es auch gemacht. Bei den Sachen auch. Warum denn hier eigentlich nicht? I don't know. Egal, dann haben wir jetzt hier noch Leichtöl. Weil dann sind die dazugehörigen Bahnhöfe nämlich auch immer untereinander. Und nicht, äh, kreuz und quer verteilt. Ne, das ist die Sache. Da fährt eh noch keiner. Da auch nicht. Das ist Schwefelsäure. Jipp. Gut, äh, war hier noch irgendwas? Nee, ne? Nee. Gut, dann haben wir das. Alles klar. Nächster Versuch. Genau, dann sind sie nämlich hier vernünftig angeordnet und nicht, äh, keine Ahnung, ein Kilometer auseinander oder so. Nice. Dann machst du den hier voll. Und hier wieder leer. Sprit-Tasse. Jo. Gut, da wir hier von oben reinkommen, drehen wir die Kiste hier. Ja, einer zu weit, aber ist egal. Passt schon. Gut, und jetzt kommt eigentlich der ganze Kleinscheiß hier mit rein. Also das ist Kleinscheiß. Ähm, ja, Glas, Stahl, Kohle. Die drei brauchen wir. Hm. Gut, das sind alles die gleichen Mengen. Also eigentlich egal, wo was ankommt. Jo. Dann machen wir das. Ah, passt das noch? Ja, ne? Könnte bei den Kisten interessant werden. Aber dann, nee, dann nehmen wir den nicht. Wir haben einen über an Platz. Ist okay. Wir können das Ding auch hier unten irgendwo hinstellen zur Not. Na, das geht auch. Aber wir machen das erstmal so hier. Ich brauche mal ein bisschen Musik zum Wachwerden hier. Das ist mir ein bisschen zu ruhig, ehrlich gesagt. Äh, warte, warte, warte. Äh. Womit fangen wir denn an? Ne, das ist auch zu entspannt. Hier. Kann man sich ja mit der Uhrzeit mal gönnen, glaube ich. Gut. Äh, genau. Wir wollten hier noch einen weiteren Bahnhof dazu bauen, natürlich. Ja. Nice. So, dann machen wir Glas und Stahl, ne? Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Und hier Kohle. Ist ja nicht total egal, ne? Oh, Autosave. Ja. Genau, das ist ein Glas in. Yep. Könnte sein, dass der sogar vorbeischaut. Mal sehen. Aber wir werden wahrscheinlich noch einen weiteren Train bauen. Je nach Bedarf. So, eine Stahl-In hatten wir da schon. Ne. Da haben wir auch noch keinen Train dafür. Aber ist auch okay. So, und hier. Kommt dann, wie schon angesprochen, die Kohle rein. Da gibt es auch noch keinen Input-Bahnhof für. Ist der erste. Läuft. Dann brauchen wir jetzt, ach ja, stimmt. Wir brauchen keinen weiteren Bahnhof mehr. Wir haben hier den Output noch. Äh, welche bauen wir hier? Die gelblichen. Okay. Ich kann die nicht auseinanderhalten. Also namentlich nicht. Optisch ja, aber geht nicht anders. Sind die hier mit dabei gewesen? Wie heißen die denn nochmal? Sagen wir, das ist irgendwie im Rahmen. Ne, halt, 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 halt. So. Ach, genau. Das ist ein Output. Dann sollten wir jetzt alles haben, glaube ich. Dreimal noch den Input, einmal den Output. Jo. Dann brauchen wir solche Bahnhöfe dafür. Ne, warte mal, wir nehmen den hier oben. Weil der untere ist nämlich schon verwurschtelt. Wobei wir das eigentlich sogar auch machen müssten. Aber ist egal, machen wir nochmal separat. Genau. Einmal hier. Einmal hier. Und hier. Genau. Und dann brauchen wir nochmal sowas. Imagen. Einfach mal Blueprints davon machen. Nicht. Irgendwas meckert der hier schon wieder rum. Ach so, die Greifarme. Hallo. Ne, wahrscheinlich hatten wir noch ein paar irgendwo rumliegen. Aber ist ja egal. Mal sehen. Gut. Ja, der Rest soll ja dann kommen. Da müssen wir gleich noch die Fließbänder anschließen. Ja, und dann hoffen, dass da genügend Material nachkommt. Weil das glaube ich nämlich gerade... Ja, wobei... Das ist immer schwierig zu sagen, weil die Anlagen gerade erstmal vollgepumpt werden müssen. Und da ist ja auch noch ein bisschen was drin. Vermutlich ist hier gerade ein super Chaos, oder? Joa. Könnte man so nennen. Okay. Ja, aber wir haben halt wie gesagt nicht diesen dauerhaften Bedarf. Noch nicht. Da müssen wir vielleicht eh noch das ein oder andere Upgrade später einbauen. Was das Beladen der Raketensilus angeht. Weil das ist noch ein bisschen langsam. Aber ansonsten, joa. Mal sehen. So, hier war jetzt Kohle. Das machen wir einfach ganz stumpf. Äh, hier rüber. Diese Maschinen sind scheiße. So, dann machen wir es so. Ist auch okay. Genau, und die beiden Sachen hier... Könnten wir erstmal mit Strom verbinden. Und dann, ja, können wir die eigentlich wieder auf ein Förderband legen. Weil der Bedarf von Glas und Stahl, der ist nicht so hoch. Joa, machen wir. So, wenn man nicht alles täuscht, dann brauchen wir jetzt nur den Output und die entsprechenden Lieferzüge. Joa, dann fangen wir mit der Kohle an. Joa, da drinne. Läuft. So, hier war was drinne? Glas. Ich meine, eigentlich ist es relativ egal, von wo aus die Trains starten. Die werden dann schon wieder zum richtigen Bahnhof dann zurückfahren. Mal sehen. Bist du behindert? Ich habe mich schon gewundert, warum die Dinger hier so merkwürdig stehen. Einfach mal die Waggons vergessen. Passt. Nächster Versuch. Ja, funktioniert. Okay. Okay. Genau, diese Maschine hier brauchen wir jetzt noch zweimal. Einfach, stumpf, per Copy, Paste. Und das Einzige, was wir ändern müssen, ist das Rezept von den Kisten hier. Weil der Rest sollte, glaube ich, komplett gleich sein. Nur mal eben kurz gegenchecken zur Sicherheit. Die Flüssigkeitsmengen sind unterschiedlich. Das ist interessant. Na gut, dann müssen wir vielleicht ein paar minimale Anpassungen machen. Aber warte mal, wir haben das anhand der größeren berechnet. Ne, der hier wäre das gewesen. 4, 8, 9, 8. Ne, warte mal, wir gucken nach einem anderen Wert. Ah, ne, ist ja genau der. Stimmt. Weil das kriegen wir, glaube ich, nicht raus. Ne. Dann musste halt eine Maschine mehr mit hin. Meine Güte, ist halt so. Ich weiß gerade gar nicht so genau, ob wir überhaupt gerade die entsprechenden Ressourcenmengen da haben. Da kommt Kohle. Glas ist da. Stahl ist, ja gut, ist auch da. Okay, alles klar. Ich glaube, Eisen hat er gerade eben leer gelutscht, ne? Ja, 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 ja. Ähm. Da ist Eisen. Das dauert noch ein Weilchen, aber ist okay. Wie gesagt, gerade in der Phase hier, wo die Maschinen erstmal volllaufen müssen, kann das mal passieren, dass eben nicht genügend ankommt. Kann aber auch später nochmal passieren. Mal gucken. Gut, Kohle ist da. Ähm, der Rest ist noch nicht... Ach, jetzt. Glas ist da, okay. Wenn dann der Stahltray noch hier hinfährt, dann bin ich zufrieden. So, Käffchen. Oh, Spotify hat einen guten Geschmack so früh. Nice. Oh, Stahl kommt auch. Sehr schön. Ja, dann sollten hier bald Dinge passieren. Achso, und natürlich müssen wir den Output-Bahnhof dann dementsprechend umkonfigurieren. Das glaube ich, klar. Das ist aber alles am Chillen hier. Das ist schon mal gut. Da kommt so die Stahlschlange. Boah. Da kommt so die Stahlschlange. Was habe ich mir dabei eigentlich gedacht? Gerade noch gesehen. Äh. Wir haben hier auf jeden Fall eine kleine Überschussproduktion, aber das ist auch in Ordnung. Ja, dann lassen wir dazu, würde ich mal sagen. Ist ja nicht relativ egal. Einmal, nochmal. Was macht denn die Energie? Ja, ist halt noch am Chillen, passt schon. Äh, warte mal, das Radar hier brauchen wir nicht. Jo, weil hier ist schon eins und da schon eins, das reicht Dicke. Kriegt der alle von den Teleskopen hin oder dann können wir schon mal das Rezept ändern? Oh ja, offensichtlich. Ah ne, oder? Als ob jetzt wieder eins fehlt. Ja, aber die kommen. Ist okay. So, dann machen wir hier. Das sollten diese hier dann sein. Genau, und hier machen wir dazu ähnlich. Äh, das sollten dann genau die UV-Dinger sein, richtig. Und da müssen wir gleich mal eben gucken, sobald wir die Teleskope halt umkonfiguriert haben, wie sich der, ja, Kühlflüssigkeitsbedarf anpasst. Weil genau das müssen wir ändern. So, jetzt haben wir hier gesagt, das ist grün. Hm, hier fehlen noch die Module. Oh, da sollten wir mal noch welche liefern lassen gleich. Genau, die sind bei 5000. Die sind nicht bei 5000. Okay. Hier ist kein Problem, also so an sich. Na komm, dann sind wir eh durchgezogen hier, dann machen wir das da genauso. Ähm, jo. Ach komm, stellen wir es da hin, passt schon. Hm, der hier möchte noch irgendwo hin eine Verbindung haben. Das ist der kalte Ausgang. Naja, warte mal, der geht dann ja genau hier ran. Ja, easy. Das ist auf jeden Fall okay. Da würde ich sogar noch ein bisschen tunen, weil das ist mir, ehrlich gesagt, viel zu viel. 5, 7. Da können wir die anderen auch mit rausnehmen, glaube ich. Ja, das lassen wir stehen. Äh, genau. Jetzt müssen wir nur gucken. Genau, wir brauchen noch mehr von denen. Und das wird gleich interessant, weil dieser Bahnhof hier im Weg ist. Scheiße. Zu die Frage, wie viel wir dann davon brauchen, ne? Ah, das hat sogar gereicht. Huh, Glück gehabt. Wie gesagt, das hier ignorieren wir. Passt. Genau, hier fehlen dann noch Module. Also eins. Ist auch genug, das läuft. Ja, gut. Dann sind wir damit ja schon fertig. Also jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Zügen oder so, ne? Und die brauche ich nicht. Jo, dann haben wir noch eine Station. Okay, da brauchen wir gerade nicht so viel rechnen, weil die Module einfach fehlen. Warte mal. Müssten wir da haben. Sollte kein Problem sein. Äh, und nebenbei. Packen wir auch hier wieder neuen Fußboden mit rein. Da geht was. Wir sollten mal aufhören, diese Raumkapseln hier herzustellen. Ich glaube, wir haben da ein bisschen zu viel von. Ja, da sind auch noch 10 drin, ne? Pass mal auf, wir machen das safe. Wir stellen den wieder auf 1 zurück. Äh, auf 11, genau. Genau. Ich meine, ja, das ist, das Problem ist halt, die verbrauchen sich halt nicht, ne? Ach, egal. Lass liegen. So, äh, warte, 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 warte. Die Anforderungen machen wir aus. Mein Vorteil ist ja, die Produktivitätsmodule brauchen wir oben nicht, weil sie da nicht funktionieren. Daher, easy. Ich glaube, wir lassen den hier gerade mal ein bisschen durch, äh, laufen, weil Stunde ist schon wieder rum. Dann würde ich mir nochmal eben einen neuen Kaffee organisieren. Äh, ja, dann gucken wir mal, wie viel von den Scaffoldings hier drin ist. Und dann machen wir noch ein bisschen Fußboden, ähm, nehmen die andere Anlage in Betrieb. Und dann geht's so langsam Richtung vernünftige Anlagen für Space-Wissenschaftspakete für doch langsamer Zeit. Gut, in dem Sinne, bis gleich.